Hey, ich bin's wieder. Bei meinem Board zum Tag. So, wie ihr seht, bin ich ja gut angekommen. Aus München wieder hier. Sitze gerade zu Hause jetzt und chillen rundherum. Hier mit Griecht reise ich ja viel. Bin ja extrem viel unterwegs. War ja vorletzte Woche in Berlin. Dann wieder nach Uckermark. Zurück nach Dresden. Dann war ich in Zittauer in Wirksland jetzt hier letzte Woche. Und bin jetzt quasi in München gewesen und bin wieder zurück in Dresden. Also ist ja doch ganz schön viel los in meinem Leben. Also kann mich da nicht beschweren, dass mir mal langweilig wird. Ja, und da freut man sich natürlich an Tage oder Nachmittage wie diesen hier. Gerade Sonntagnachmittag ist ja so ein spezieller Tag in der Woche, in dem man sich eigentlich auch wirklich mal ein bisschen zurücklehnen kann. Ein bisschen sich entspannen will. So, sagen wir mal, typischer Sonntagnachmittag. Kaffee. Ein Bad Spencer Terence Hill Film oder Ulsenbande oder irgendwas. Um mal wieder runter zu kommen, sich zu erden. Es ist einfach herrlich. Es ist einfach schön. Und ich hoffe, dass es euch auch so geht, dass ihr einen schönen Sonntag einfach erleben könnt heute. Weil draußen mit Wetter, ich denke, man sieht in ganz Deutschland gleich aus. Es ist, es regnet die ganze Zeit wie Sau. Also es lohnt sich nicht mal raus zu gehen. Es ist wirklich sinnvoll, sich auf die Couch zu legen, sich zu entspannen. Und einen schönen Film zu gucken oder wie auch immer, was man einfach so macht. Juti, ich wollte euch damit einfach wirklich mal auch ganz lieb grüßen, weil ich werde jetzt die Zeit noch verbringen, ein bisschen mich zu erden, ein bisschen an Vergangenes zu denken, um meine Freunde auch mal zu denken. Vielleicht will ich nachher auch mal jemanden lernen. Ja, ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Sonntag. Und der Montag ist ja sowieso nicht weit weg. Also genießt es. Macht euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen. Macht es gut. Euer Christ.